...beraten Regierung in Kiew, hätte Russland überhaupt kein Interesse gehabt, sich die Krim einzuverleiben. Der Hafen ist das Entscheidende und darüber hatte man gerade einen Vertrag gemacht und jetzt drohte der Bruch des Vertrags. Das ist der Hintergrund dieser Krim-Annexion. Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen genauer darüber sprechen, Sie sagten das eben mit dem Hafen der strategischen Seite. Als ich noch ein Kind war, da hatten wir die Kuba-Krise und meine Eltern haben Konserven gekauft, weil sie Angst vor einem Krieg hatten. Und damals haben wir alle und meiner Meinung nach sogar zu Recht gesagt, die Amerikaner haben völlig recht, die können sich das nicht gefallen lassen, dass die Russen Raketen direkt vor der Haustür stationieren. Inzwischen passiert genau dasselbe umgekehrt. In der ja eigentlich ziemlich unverdächtigen Saarbrücker Zeitung war eine ziemlich mutige Karikatur, wo man so die NATO-Stellungen rund um Russland sah. Und dann stand so sinngemäß darunter, nur unverschämt, dass Russland immer dichter an unsere Stützpunkte heranrückt. So eine Karikatur haben wir auch ins Buch reingenommen. Und wenn man tatsächlich, ist so ein Blick auf die Landkarte da ganz hilfreich, wenn man sich das anschaut. Man muss sich doch, und gerade wir Deutschen wären besonders dazu verpflichtet, man muss sich doch anschauen, was 1991 in den 2-plus-4-Verträgen vereinbart worden ist, was von russischer Seite auch eingelöst worden ist. Die Rote Armee hat sich aus Deutschland und aus ganz Osteuropa zurückgezogen, gleichzeitig und verbunden mit dem Versprechen von Genscher, von den Amerikanern, von Helmut Kohl und so weiter. Ja, wenn ihr euch jetzt hier zurückzieht, dann werden wir natürlich nicht nachrücken mit NATO. Und genau das ist passiert. Der Gorbatschow ist ja zu Hause schwer angegriffen worden, dass er sich das nicht irgendwie hat schriftlich geben lassen. Mittlerweile ist auch Gorbatschow im Übrigen voll auf der Seite Putins und sagt, was hier passiert, dass die NATO Schritt für Schritt vorrückt und jetzt eben auch noch in der Ukraine ihre Raketen hinstellen will, das können wir nicht akzeptieren. Und die Russen muss man da verstehen. Wir zitieren im Buch die Doktrin des Pentagons, die ja lautet Full Spectrum Dominanz. Also man will auf der ganzen Welt die militärische und wirtschaftliche Dominanz erreichen. Und es gibt Papiere und die können Sie nachlesen aus dem Pentagon, aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium, die klar machen, wenn wir unseren Raketenschirm, den Sie ja schon im Baltikum und in Polen, Tschechien und so angefangen haben, wenn wir den kompletiert haben, auch noch in der Ukraine, dann sind wir erst schlagfähig, dann können wir die Nuklearbombe sozusagen auf Moskau werfen oder damit drohen, weil die Russen können sich nicht mehr wehren, sie sind rundum mit Abwehrsystemen umstellt. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt, dann muss man zumindest etwas Verständnis äußern, dass Russland damit nicht einverstanden ist, dass die Raketen vor ihrer Haustür aufgestellt werden. Hören wir noch einen Anruf. Als politisch interessierter Bürger halte ich lieber die Zeitung in Händen, als dass ich auf eine kritische Website gehe und ständig auf den Bildschirm starre. Hält der Autor diese Haltung für bedenklich und wie handhabt er es selbst? Ja, wie handhabt das auch Ihre Umgebung? Sie haben ja vorhin erzählt, dass aus Ihrer direkten Bekanntschaft und Verwandtschaft Leute da auch umgeschwenkt sind. Ja, einer der Auslöser, dass ich das Buch jetzt dann auch mit dem Kollegen Paul Schreyer so sehr schnell gemacht habe, war ein Besuch bei Verwandten mit meinem Bruder, Onkeltanten, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, die an die 90 sind und die gutbürgerliche, katholische Leute, also unverdächtig in jederlei Hinsicht, die dann bei Kaffee und Kuchen irgendwann von sich aus anfangen und fragen, was hältst du denn da von dem Konflikt mit Russland und so. Man kann ja gar nicht mehr die Tagesschau anschauen, da wird ja nur noch zum Krieg getrommelt, ich gehe jetzt ins Internet und informiere mich. Das sagten die 90-Jährigen. Und da fuhr ich mit meinem Bruder nach Hause und sagte, hast du das jetzt mitgekriegt? Also wenn solche Menschen nicht mehr der Tagesschau trauen, die ja ansonsten früher so etwas wie das Wort Gottes persönlich darstellte, dann ist doch was passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es selten hier bei uns so eine Kluft gab zwischen der öffentlichen Meinung, also dem, was die Leute glauben, denken ein, und der veröffentlichten, also dem, was die Journalisten, die Leitartikler, die Redakteure produzieren. Das ist ja im Übrigen auch der Grund, warum viele Medien mittlerweile im Internet ihre Kommentarspalten abgeschaltet haben, weil sie wollen einfach nicht mehr hören, dass 90 Prozent der Leser oder Leserinnen protestieren gegen die Art und Weise, wie sie diesen Russland-Konflikt dort darstellen. Ich selbst, um auf die Frage nochmal kurz einzugehen, ich tue beides. Ich lese gedruckte Zeitungen, aber ich bin auch sehr viel im Internet unterwegs, weil man eben dort auch noch alternative Nachrichten finden kann, die so in der Zeitung nicht stehen. Wie ist das eigentlich zu erklären? Denn das bewegt mich wirklich schon ziemlich lange, diese Frage, warum die Zeitungen so gleichförmig geworden sind, auch die früher kritischen Medien, die seriösen Leitmedien und so weiter. Also zum einen hat ja rein ökonomisch betrachtet auch die sogenannte Pressekonzentration, Medienkonzentration zugenommen. Es sind immer weniger große Konzerne, die einen Großteil des Zeitungs- und Magazinen- und Zeitschriften-Outputs kontrollieren. Gleichzeitig, dasselbe gilt für die Nachrichtenagenturen. Früher gab es da auch ein breites Spektrum, jetzt gibt es im Prinzip Reuters und AP und DPA und that's it. Und das, was dort rauskommt, was aus den Tickern rauskommt, das wird von vielen Kollegen für bare Münze genommen und dann auf die Titelseiten geknallt. Ich habe ja mal vor 35 Jahren mit vielen anderen die Taz gegründet, damals als eine Zeitung, weil wir den Tickernachrichten nicht mehr so getraut haben. Es war damals hier der deutsche Herbst und die Terrorismuszeit in Deutschland. Und da kam also ja auch ein gleichförmiges, gleichförmige Berichte aus den Tickern raus, die einfach nicht der Realität entsprachen. Und diese Skepsis gegenüber eben auch den Nachrichtenagenturen, die ist in weiten Teilen verloren gegangen. Und wenn jetzt Reuters meldet, Poroschenko hat von Invasion gesprochen, dann knallen wirklich alle Zeitungen, einschließlich der Taz, am nächsten Tag, ja jetzt Invasion, die Russen kommen und so weiter. Wird zwei Tage lang gemeldet, auch in der Tagesschau, Tagesthemen. Und dann kommt im Twitter-Account der Tagesschau eine Mini-Meldung. Da steht, ja, die Agentur Reuters hat mitgeteilt, dass es sich bei der Aussage von Poroschenko eine Invasion hätte stattgefunden, um einen Übersetzungsfehler handelt. So, aber zwei Tage lang haben wir schon quasi die Invasion gemeldet, um sie dann klein wieder zurückzunehmen. Das ist für mich überhaupt eines der erstaunlichen Phänomene dieser ganzen Sache, dass wir oft Meldungen hören und dann verfolgen die Journalisten, die ja eigentlich recherchieren müssten, die das weiterverfolgen müssten, die Sache nicht wirklich weiter. Zum Beispiel das Giftgas in Syrien wurde nie wirklich genau recherchiert. Inzwischen habe ich gelesen, auch bei Ihnen im Buch, dass der britische Geheimdienst wohlgemerkt ganz klar gesagt hat, das ist nicht von Assad gekommen. Diese Richtigstellung habe ich nie irgendwo gehört. Taucht da nicht mehr auf. Oder noch wichtiger jetzt in unserem Zusammenhang, die Scharfschützen auf dem Maidan, die so viele Menschen umgebracht haben. So, das war ja der sozusagen letztlich Auslöser des Machtwechsels in Kiew, waren diese Scharfschützen, Männer in schwarzen Uniformen, die auf einmal auf dem Dach auftauchen und wahllos in die Menge ballern. Es wurde dann sowohl von der neuen Regierung in Kiew als auch von der EU und so, ja, das muss aufgeklärt werden, das muss aufgeklärt werden. Es wurde nicht aufgeklärt. Und es ist bis heute nicht aufgeklärt. Und wenn, was natürlich auch sofort kam, die Russen waren das, ja, wenn da nur der Hauch eines Beweises oder eines Belegs für existierte, dann hätten wir das garantiert schon groß erfahren. Dasselbe gilt im Übrigen ja für den Absturz der MH17, wo auch die Russen beschuldigt wurden. Seitdem herrscht da mehr oder weniger Schweigen im Walde. Ja, warum eigentlich? Warum veröffentlichen die Amerikaner die AWACS-Flugzeuge, Satellitenbilder, die jedes Nummernschild hier auf der Erde lesen können? Warum veröffentlichen die nicht ihre Daten? Und warum die Luftsicherung in Kiew, die ja verantwortlich war für diesen Flug, kein Sterbenswort? Und die Journalisten fragen auch nicht mehr nach. Es wird nicht mehr gefordert, das ist ein Massenmord gewesen, dieser Absturz des Flugzeugs, dass der aufgeklärt wird. Es wird damit Politik gemacht, das wird instrumentalisiert, aber es wird nicht aufgeklärt. Hören wir noch eine telefonische Frage. Meine Frage an Sie ist, Wovor konkret hat Wladimir Putin denn beim Westen überhaupt Angst? Ich weiß nicht, ob er vor dem Westen Angst hat, aber das, was wir eben angesprochen haben, dass die NATO einen Schirm von Raketen, von Militärbasen um Russland herum baut, das, denke ich mal, würde kein Land der Welt so ohne weiteres akzeptieren. Und wenn man sich dann fragt, warum macht die NATO das, dann kommt man, wir haben es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, auf die geopolitischen Fragen und Interessen. Russland ist nicht nur das größte Flächenland der Erde, Russland verfügt über ein Drittel aller Bodenschätze, aller bekannten Bodenschätze, Öl, Gas, Mineralien und so weiter. Und wenn ein Land wie die USA laut ihrer Doktrin die Full-Spektrum-Dominanz global anstrebt, dann muss natürlich dieser Rohstoffriese Russland unter Kontrolle gebracht werden. Und das ist das Interesse der USA. Und Putin wehrt sich da, wie ich finde, zu Recht gegen, weil er sagt, das sind die russischen Bodenschätze und die wollen wir vermarkten und verwerten. Man muss sich mal vorstellen, der Yeltsin, Vorgänger von Putin, hatte Verträge gemacht mit den amerikanischen Ölgesellschaften über die Exploration von Öl und Gas in Sibirien. Und die Amerikaner sagten, ja, Herr Yeltsin, aber das ist so teuer, wenn wir da jetzt unsere Anlagen aufstellen. Das ist die Firma Halliburton von Dick Cheney, dem Ex-Vizepräsidenten. Das ist so teuer, da müssen wir noch ein paar Rohre bauen bis zum Hafen und so. Also wir können dann die nächsten 25 Jahre nichts bezahlen für das Öl. Und das hat Yeltsin unterschrieben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das heißt, dann kam Putin ans Ruder und hat gesagt, nee, das geht ja gar nicht und hat eine Steuer eingeführt, sodass also diese Bodenschätze Russlands zumindest zum Teil eben auch der russischen Staatskasse irgendwie zugute kommen. Und seitdem, eigentlich schon seit längerer Zeit, ist Putin dann der Böse, weil er versucht, ja, eine eigenständige und autonome Politik zu machen. Und der Ölpreis, der dann explodiert ist, der hat dazu geführt, dass Russland ökonomisch auch wieder halbwegs auf die Beine kam und wieder ein Player in diesem sogenannten Great Game ist, in dem seit 100 Jahren um die Rohstoffe und Bodenschätze der Erde gekämpft wird. Was ja ganz interessant ist, dass Sie in Ihrem Buch schreiben, einerseits zitieren Sie Egon Bahr, der schreibt oder sagt, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es wird so getan, als ob es darum geht, aber es geht nicht wirklich darum. Und dann schreiben Sie, dass es sich sehr lohnt, wenn man irgendwo Konflikte hat, mal einen Blick auf die Karte von Pipelineistan zu werfen. Also auf die Karte, wo die Pipelines für Gas und Erdöl und so weiter laufen. Und dort werden dann die Konflikte je nach Bedarf geschürt. So, und die Pipeline, die durch die Ukraine läuft, schon seit vielen Jahren, und etwa 20 Prozent der russischen Erdgas- und Energieexporte nach Europa transportiert, die ist natürlich ein Druckmittel. Das ist ein Zankapfel schon die ganzen Jahre gewesen. Schon bei der letzten 2004er sogenannten Orangenenrevolution ging es ja darum, die Ukraine haben auch aus dieser Pipeline permanent abgezapft, ohne dafür zu bezahlen. So sind ja Leute wie diese Frau Timoschenko dann innerhalb von wenigen Jahren zu Milliardären geworden. Sie haben das Gas, was von Russland, dem Bruderstaat, dem damaligen Ukraine, für ein Appel und für ein Ei geliefert wurde, abgezapft und zu Weltmarktpreisen weiterverkauft. So wurden dann diese Leute in Nullkommanix steinreich. Und jetzt baut ja Russland, hat schon angefangen im Schwarzen Meer, die sogenannte South Stream Pipeline. Die soll dann durch Bulgarien, Ungarn bis nach Österreich und Italien führen und Europa mit Energie versorgen, was wir hier in Europa ja auch dringend brauchen. Wie gesagt, die Russen haben schon angefangen, die Österreicher auch. Jetzt vor zwei Monaten fährt ein Armdrückerkommando der Amerikaner und des IWF nach Bulgarien und zwingt jetzt Bulgarien, diesen Deal abzusagen, sie sollen ihre Pipeline da nicht bauen. Man will verhindern, dass Russland Öl und Gas in die EU verkauft. Und das ist ein völliger Schwachsinn, finde ich, wenn man die deutschen oder europäischen Interessen anschaut. Stattdessen schlagen die Amerikaner ja vor, ja, sie machen mit Fracking jetzt große Explorationen in den USA und schippern uns das dann nach Hamburg. Und wer dagegen protestiert, gegen diese Fracking-Methoden auch, wie Greenpeace, der wird dann von Herrn Rasmussen, dem NATO-Generalsekretär, als ein Agent Moskaus beschimpft, was völlig absurd ist. Und in dem Zusammenhang ist also die Energiefrage und die Pipelines und wer kontrolliert, wo welches Öl, da haben wir auch zwei Kapitel im Buch, auch der Syrienkrieg, der ja gerade wieder tobt oder immer noch tobt, hängt damit zusammen. Das muss man sich anschauen, weil das sind die eigentlichen Interessen der Mächte. Die Energie und die Rohstoffe zu kontrollieren, und darum geht es, und das ist allzu selten, finde ich, im Zuge der ganzen Berichterstattung des Konflikts hier irgendwo mal größer aufgetaucht. Stefan Embrich aus Saarbrücken fragt, das erstaunliche an die,